Ich hatte auch keine Periode mehr und man arbeitet aktiv gegen seinen Körper und ich habe gedacht so, hey, das ist ja praktisch super, gell, habe ich den Termin schmarrn nicht mehr und habe erst jetzt so gemerkt, hey, du hast da wirklich sehr, sehr viel Schindelhude mit dir betrieben und es hat dein Körper eigentlich nicht verdient.